Ne, ich hab 20 FPS. Und die Terror-Einheit gewinnt. Also bei mir, ja, bei mir quält er sich mit Spielen. Ist da der Hupzack? Deswegen geh ich grad die, ähm... Wie viele FPS hast du, Ed? Weiß ich. Standort. Für die Aufnahme. Ähm... Mein Konsorswerk stattet mal, oder was hier? Ähm... Ich glaube, bei mir muss ich die Aufnahme beenden, Ed. Dann muss ich dein Video nehmen und... Copy und bei mir dann im Kanal einfügen. Ja, könnte man. Weil... Ah ja, mich hat er rausgeschmissen. Ist, ist ein bisschen laggy bei mir. Okay. Bei mir geht's. Mach meine Aufnahme mal aus. Oh, dann läuft's schon flüssiger. Hey. Langsam. Läuft schon, läuft schon flüssiger. Fall in der Kopf. So, nöt. Ne. Alles natürlich. Wo ist denn hier eigentlich? Ach, unsere Modlina ist da. Ja, ich bin hinter dir, Modlina. Ja, ja. Komm, folge, 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 folge mir. Wie war der Chat mit dir, oder? Ne. T wie Theodor. Okay, das sehe ich nicht in der Formsaufnahme. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Munition auch habe. Ja, Munition kaufen übrigens mit Punkt. Mit R ist nachladen. Okay. Okay. Was, mit Punkt? Mit Punkt kaufen? Genau, mit jetzt Punkt drücken und dann kannst du kaufen. Ah, da steht jetzt oben 30, okay. Und mit R nachladen das? Genau, genau. Beziehungsweise, wenn leer ist, lädt er automatisch nach, wie lange er noch Munition hat. Okay. Grafik jetzt irgendwie anders aus. Das sieht lustig aus. Ich werde jetzt mal von Open Geert auf Software umgestellt. Alter Schwede. Krabumm. Und jetzt ist sinnvoll für euch, dass ich die Böcke schaue. Ja, da warte ich ab. Ja, halt. Ja, halt. Kou, jetzt muss ich gleich erstmal richtig hinsetzen, dann geht's. Ich muss mich erstmal gleich wieder die F13 drücken und dann... Genau. Oh, wer hat das geschossen auf mich? Oh, wer hat das geschossen auf mich? Danke. Alter Schwede. Nicht schlecht. Nicht gesehen. Ah, du trinkst doch heimlich. Ja, eigentlich schon. Jetzt gucken wir mal, wo Müll drum ist. Wo du Müll drum hängt. Irgendwer Baller da. Ah, das war sie. Oh. Jawohl. Oh. 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 Und dann wird doch ober. Blut für das Land vergessen. Genau. Steh hinter meinem Lars. Oh. Schalt den Fahrt drauf, damit man nichts erfährt. Es klappt jetzt selig. So. Dann werden wir jetzt mal gucken hier. Buh shit, hau ich mal auf den kleinen Platz. Hey, das ist immer her. Ich hab meine Waffe in der Linken gehabt, obwohl ich eigentlich auf rechts bin. Da muss ich ja die Konsole öffnen und dann... Das geht ja auch in den Einstellungen. Immer auf die Frauen. Seitdem ich die Waffe umgestellt hatte, sieht alles irgendwie crazy aus. Die Bombe wurde gelegt. Du wirst mich auch. Jetzt den dummen Platz finden, das ist doch schon wieder... Das ist ja gar nicht so schwer. Ja, wenn man weiß wo er ist, dann geht's ja. Ich glaub ich bin hier immer ganz falsch gerannt. Ich würd sagen, er ist am kleinen. Er ist irgendwie eine falsche Mitte oder was? Nee, er ist am großen. Nee, ist das Tectangle oder groß? Ah, ist ja. Nee, nein. Der hat natürlich schon den AWP... Ah, die Peepen, ich wollte. Boah, da hat's angefangen zu lecken. Hä? Warum ist das jetzt explodiert? Achso, Zeitraum oder? Weil die Zeitraum war. Ja. Was war alles? Großer oder kleiner? Der Kleiner hat gelegen. Okay. Also auf Software hier alles rennen zu lassen, ist echt nicht so der Hammer. Sieht irgendwie lustig aus. Ich hab Schultern noch. Verändert man nicht seinen Kock. Du hast links. Oh. Ah, und wieviel Schaden hattest du? Ich hab noch 60. Höööööööööö... teacher-wil ahvei wo es gibt! Achso, was hat denn der runter? Das ist ja immer wahr. foremost. War mireh? Geteilt Tä Не Se. Renn...Renn Rechn schütteln, отп ada muhtlier? Jajaja, gleich ja... mor Immer rechts halten jetzt, immer rechts halten, immer rechts halten, immer rechts halten und dann rechts auf den großen Platz, go, 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 go und dort legen, dort die Bombe legen, Bombe auswählen. Äh, ja, Stress nicht. Okay. Da kommt der Ed, da kommt der Ed. Wo? Da kommt der Ed. Ich hab ja gesehen, dass du eine Banane wieder hoch bist. Naja, mit deiner Banane, du. Du musst eine Banane. Okay, los geht's. Bist du voll Banane? Möchte jemand eine Banane? Nein, 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 ich will keine. Also ich achte oben. Ey, ich weiß nicht, wo die ganze Banane... Wer kommt denn da, wer kommt denn da? Na los, komm schon vor. Und deiner steigt doch für unten die Banane schon da. Jetzt hat sich grad mein Headset verabschiedet. Ne, du bist noch da. Wir schleicht denn da Banane lang. Banane im Pyjama, ne? Ja, ist halt ein Achtung, wenn man die Map... keine Ahnung hat von der Map, ne? Geht in Deckung! Äh. Äh, geht nicht. Boah, ich rennt unten in der Ecke, wusste ich, dass du da sitzt. Was war alles für eine Granate? Der End? Der Fleisch. Der hat mich so gut gemacht. Der hat mich so gut gemacht. Was mich total verwundert. Ja, weil ich angesagt habe, dass er kommt. Deswegen wusste er, dass die CP ist. Ich darf sowas nicht sagen, weil der rennt da einfach ins Verderben. Ja, weil ich nie weiß, wo du dort stehst, echt. Weil danach, wenn man die Map kennt, ne? Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Ihr seid natürlich schon ziemlich. Boah. Ein Brett. Ein Brett. Oh, Mörd, deine Chance. Was? Wo? Der hat ne Schrot. Oder nicht? Na, wir treppen auch noch, ey. Auf die Entfernung. Jawoll, weiter so. Maul, ne Mörder. Wenn du nochmal triffst, ey. Maul, Maul, ne Mörder. Der hat mich erfüllt. Maul, ne Mörder, ab geht's. Na, Eddie, sie ist schon ja nicht mehr da. Lüg mich hier. Oh, Schei. Oh, Schei. Das kam vom Lügen. Hier. Lüg mich nicht an. Ich hab nicht viel Ahnung, aber ich weiß, was du lügst. Echo. Ich hab ne Echo. Heißt? Darf ich mir jetzt diese Runde nichts kaufen? Weil du kein Geld hast. Außer an HE. Auan, ich hab heute in die Blend geguckt. Boah. Ekelhaft. Wie sich die Grafik langsam wieder entpixelt. Schön von der Laterne wieder runter. Alter. Wollt mich um auf der Laterne drehen. Eddie, nicht immer rennen. Was? Nicht immer nur rennen. Ja, ja. Du bist hörbar. Ja, genau. Stehen kann jeder. Drück lieber SHIFT. Nee, drück SHIFT, dann läufst du wenigstens. Weiß, aber das ist ehrlich zu langweilig. So, ich habe gekauft. Eine AWP. Nein. Wieder zu den. Pack Eiern. Dreck. Sau. Meine gute AWP ist weg. Aua, 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 Aua. Ui, oh, 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 oh. Das geht schon langt am Ende zu. Einer trifft ja runter auch noch. Wo ist der? Das hört sich voll dumm an. Und Lina du kannst Bombe legen, da ist alles frei, der ist bei mir hier hinten. Ja, ich weiss grad nicht wo ich da rumlau. Geh die Banane hoch. Oh jawoll, immer wenn du sterben kannst. Jawoll. Ja ja, hätt ich jetzt auch gesagt. Kannst du ja nachgucken. Nee. Ja dann kauf dir einen guten Computer. Komm mal los. Wie wollte ich sie ausreden? Äh, Eddy, siehst du eigentlich auch wann ich anvisiere und wann nicht, wenn du bei mir drucht bist? Nee. Leider nicht. Du musst ja in deine, in die Ich-Person wechseln. Ich soll ja campern. Ach, geh. Heie, ey, mein Wüsterchen geladen, ne? Schäm dich. 91 hat er noch. Rauh, ich weiß da was. Ruhig, 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 ruhig. Alles ABP da, ey. Da 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 da. Da 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 da. Da bin ich da unten immer hoch da. Da bin mein Headset hier ein Stück. Ah. Oh, guck mal dein Heckset an. Heckset! Bombe wurde gelegt. Jaja. Geht in Deckung. Mit den Granaten. Geht in Deckung. Aber echt? Geht in Deckung? Halt ihn. Na super, es geht hier nicht mehr anders. Äh. Terroristen. Hätte es fast geschafft. Jaja. Hätte es einen Entschärfungskick kaufen müssen. Ja, und was macht er mit mir? Mich ignoriert er dann einfach oder was? Das ist ja egal. Hauptsache die Bombe. Du bist ja kein Indonis. Man muss sein Leben opfern. Genau. Ja. Ob sagt, die Menschheit überwählt. Ja. Sowieso. Bitte kommt keiner mehr. Wir sind nicht bekloppt. Du kommst um die Ecke und erschießt mich. Das ist verarscht. Hey. Da muss ich unbedingt wieder auf Roten umsetzen. Ja, hat sie. Ja. 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 Super. Du versteckst dich ja immer da unten. Die Waffe finde ich cool. Das ist ein normaler Standard-Pussy, wenn du... wenn du spielst. Ja, 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 immer da unten. Ne, einer steht immer unten und sichert ab. Weil wenn da keiner in der Mitte runter kommt, dann können die anderen fast bis zum Bombenplatz hochstürmen. Und nur fast. Aber warum lauf ich überhaupt noch los, ey? Oh, einer ist hier noch auf dem Bombenplatz. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Boah. Und jetzt da hoch enden. Da? Was da? Nein. Doch nicht da. Wo da? Da. Genau. Er sagt sie ja alle. Jetzt mal G drücken. Jetzt mal G drücken. Drücken mal G. Jetzt die Bombe. Sie ist am großen Bombenplatz. Ja, ich weiß nicht, wo der höchste Postmeter. Da, wo wir gerade waren. Ich weiß nicht, wo der höchste Postmeter ist. Ich weiß nicht, wo der höchste Postmeter ist. Voll leer. Aber tot zu schweigen. Tot zu schweigen. Normalerweise hätte ich gar nichts sagen können. Ja, das ist so umfällig. Du sagst, die ganze Zeit passt. Die ganze Zeit? Ede Runde, was du sagst. Ja, das ist schon die ganze Zeit. Aber steht 6-6. Ist ausgeglichen. Hallo. Hallo. E jetzt? Mit E, oder? E, ja. Aber das ist nicht erschaffen wirklich. Gedrückt halten, einfach E. Ja, Mann. Das reicht, das reicht, wenn du E gedrückt hältst. Achso. Und E gedrückt halten. Hey, also sag noch einmal, ich bin schläft, ne? Okay, dann mal los. Jo, der war nicht schlecht, Ed. Der war... Einmal im Leben. Oh, ihr führt, ey. Ihr führt. Jetzt geht's wieder bam bam. Ne, leider nicht bam bam. Ah, da kauf ich mir die tolle AWP, weißt du. Kauf ich mir einmal was und dann... Ja, nö. Ach, schön, dass Modina die Bombe hat fallen lassen. Sowieso. Alter, schon wieder kurz gedeckt. Mann, 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 ey. Ja, ja. Sagst du aber jedes Mal. Alter Kämpfer ist das. Boah, da sieht der mich da oben. Ich hab dich gehört, deswegen. Ich hab nur nicht gewusst, wo du bist. Ich spiel nach Geräusche, deswegen weiß ich, wo ihr... Wo dich herumrennt. Ja, aber wenn die da so laut sind, die ganze Zeit nicht der ist, dann kann man nicht nach Geräusche spielen. Aber echt, wenn die so laut sind? Wolltest du leise sein, oder? Was macht denn leise? Ja. Dumm sein. Mein Grau und der Zweck ist abgekackt. Ich sag so eng. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Das ist einfach so. Ich weiß gar nicht, ob du nicht das machen willst, was ich machen will. Oh, du leise. Ja, Mensch. Alter. Du Klopapier, du. Ja, ja, ja. Hat sich aufgehangen so bescheinend. Neila hat sich aufgehangen, ja. Jo. Klopapier ist grad auf dem Balkon. Ja, ja. Ich bin gar nicht mehr drin. Mir gibt's ein... ...Vortal-Error. Ich hab da immer ja auch. Terroristen gewinnen! Oh, Fall. Oh. Naja. Oh, schon seit 5 Runden habe ich 96 Läden. Okay, los geht's. Ne, 100. Was ist denn da 96? Schutz. Jo. Rüstung. 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 Ich hab die. Muss mal Steam neu starten hier. Ich komm schon nix. Endlich. Wieder zuerst endlich. Oh. Tschüss. Oh. 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 Ich versuche ja schon wieder technische Probleme zu beheben. Ah, ja. Ja doch. Wir wissen's ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ah ja, jetzt startet... Was ist das denn für ne Auflösung? Du drückst dich nur. Gib's zu. Die Einstellungen nehmen grad meinen ganzen Bildschirm ein. Ach, er hat meinen Counter-Strike wieder reset. Alter, wo ist denn da wer? Oben, Döner. Geht in Deckung. Ah, Döner. Döner. Oh. Alter. Döner, steh ab. Ich wollte mir was zu essen holen, kurz. Bin ich mal kurz bei den Döner vorbeigeschaut, ne? Okay, los geht's. Jetzt hab ich wieder ne hübsche Grafik. Ja, das würden wir alle so nötig schaffen, ey. Leute, ich hab grad auf dem Fall schon. Aber connect. Hier war ein Antin. Danke, Modlina. Sorry. Ja, wir sterben. Ich bin da rein. Warum hat die nur einen Schuss mehr? Der nicht automatisch mal landen. Komm mit hoch, komm mit hoch hier, komm mit hoch hier. Ich bin wo anders. Ja, na, oh, hallo. Ich muss aber ihn da zusammenhalten, ne? Kubot wirft eine Granate. Geht in Deckung. Ja, und ich wollt extra nicht... Geht in Deckung. Ablenkungsmanie, oder? Äh, ja, danke Kubot. Äh, ja, danke Kubot. Ja, denn du hättest wieder was hinterherrennen brauchen, Mensch. Ja. Ja, da wärst du schon dreimal auf dem Bombenplatz gewesen. Oh, 10, Zeit vorbei. Super. 8 zu 9 habt ihr gewonnen, ist doch gut. Ja, ja. Ja, gut. Ja, naja, das ist aussieglich ne Team. Hm. Äh, okay, ja. Weil Nidlord war die... Nidlord war die halbe Zeit nicht da. Genau. Der zählt nicht. Ja, trotzdem habt ihr gewonnen. Äh, das hier ist jetzt eine Geisel-Rettungs-Map. Wollen wir eine andere nehmen, oder wollen wir die nehmen? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Ich auch nicht. Also wenn ihr jetzt Terror gehen würdet, hättet ihr den Vorteil, ihr müsst die Geiseln bewachen. Wollen wir denn mal Terror gehen? Also ich nehme noch auf, seit nachdem es dreimal abgebrochen ist. Gehen wir mal einfach jetzt. Alter, die Musik ist ja zum... Dann gehen wir mal Terror. Warum sind wir jetzt hier? Ne, zu Papier wechselt. Ne, hä? Hä? Wir sollen wechseln. Wir sollen wechseln zu Terror. Und die Terror-Einheit gewinnt. Genau. Die drei nehmen das, weil wir den weißen Skin haben. Okay, das heißt wir sind die Weisen jetzt. Genau, ihr seid jetzt die Weisen. So. Wir müssen jetzt die Geiseln retten, oder wie? Ich hab auch so einen falschen Skin genommen, aber... So, ist egal. Okay. Ihr müsst auf die Weisen schießen und wir schießen einfach nur auf die dunklen. Okay. Jetzt hat natürlich jeder schon ein bisschen mehr Geld hier. Ist ja nicht schlimm. Könnten wir uns gleich mal eine Waffe holen. Ne, ich hab nicht genug Geld. So. Aua. Und los. Hä? Geoisten gewinnen. Gewinnen. Wie sagt er... Du musst jetzt auf die Weisen schießen. Okay, ja. Okay. Auf Wunschmuss. Auf Wunschmuss. Los, los, los. Das ist das Radio im Haus. Das kannst du kaputt schießen. Ich schieße es mal kaputt. Genau. Ich hab schon wieder grottenscheiß... Waffe. Na, ihr netten Geisel. Sollte ich mich einen umbringen? Achso. Ich hab den Preis geschossen hier. Na, ich noch. Ich fand so ein blödes Huhn im Wegen. Ja, weil... Wer bist du blöd? Nein, Leute, wieso schießt du mich? Was? Was? Was ist denn? Braun herum. Und braun sind die anderen. Guck mal M. Guck mal neues Kind. Mach mal M neu. Ja, ja. Ja, ich bin das auch nicht gewohnt. Ich kann das nicht endlich unterscheiden. Weil die Hose... Ich kann nur Theorist sein. Das haben wir alle weiß. Jetzt werde ich auch dich nicht noch... Hä? Jetzt bin ich alleine gegen euch drei. Maglina, nächste Runde bitte. M-2-1. Ja, wir haben doch gerade gesagt wir tauschen. Nein. Nee. Egal, nix. Wir haben doch eben getauscht. Hä? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Modlina hat jetzt ein Team getauscht. Ja, jetzt ist sie bei uns. Ja, na schön, dann bin ich jetzt gegen 4 oder was? Nein, warte, warte. Du bist jetzt mein Team, weiß, du musst bei der nächsten. Ja, ich hatte aber vorhin nie getauscht. Da steht dann längst vor, dass ich tauschen muss. Du musst ja während des Neul laden, wenn wir tot sind. Wenn einer Seite steht, dann musst du M drücken. Dann kannst 0. Ember. Na, was soll ich das heißen? Es ist egal, wenn du jetzt tot bist, drückst du M21. Ja, Mann. Die Map ist echt kacke, ey. Jetzt haben wir M drücken. Eigentlich ist die Map scheiße, ja. Ja, wollen wir eine andere nehmen, oder wie? Ja, dann ne. Ja, jetzt ist meine AWP-Match. Okay, dann nehmen wir die AWP runter. Nee, weil die kennen wir ja alle. Ja, ähm. Lass ich auf einem Trotz weiterlaufen. Los geht's. Los geht's. Jeder schnell. Der eine tut den anderen und du mich. Ich wollte erst. Wir sind wieder Anti. Genau. Modlina. Anti und 1. Die 1 und die 3. Ja, die 1 und die 2. Oh, nee. Hat das Skript geladen? Ich glaub schon. Ey, der ist unfair mit dem Skript. Ich hasse die Waffe. X ausgeschalten. Sie muss jetzt deaktiviert sein. Ich kannst es nicht auslisten. Ich war vorher tot. hier sind wir danach die man mit dieser sandhügel da spielen mit dieser komischen rolltreppe nach oben ich weiß nicht welche meinst du meinst die waffe kann man nicht fallen lassen ich will der mit veräppeln nicht gehen musst du klar du stehst auf deinen Arm hey muss man eigentlich nicht mit dem Punkt auf den Kopf ziehen weil du ziehst immer irgendwie nebenkopf auf den Hals ziel ich ja das Problem ist wenn du mir zuguckst du siehst ja nicht so schnell wie Ecke das ist als wenn du bei Team Trier guckst ja das war zum Beispiel jetzt einfach irgendwo in der Hals ziel warum kauft ihr hier bitte ok Modlina kauft Waffen ja ich komm mit der anderen nicht klar na gut ok du musst doch auch eine Waffe kauft da schmeißt du extra wieder weg aber auch der Map mit so einer Waffe ist natürlich man ich wollte den Hals schießen ich komm mit der anderen aber überhaupt nicht klar aber trotzdem muss ich sagen im allgemeinen sind wir doch in relativ aussieglichen boah danke Ed bitte danke schon Alina ist gar nicht so schlecht obwohl sie sagt sie kann das nicht und sie mag das nicht ist halt bloß eine Gewöhnung Sache wenn du jetzt rauskommst bist du tot Alter sag doch nicht immer alles cool ich komm mit der scheiß Waffe nicht klar ich weiß doch nie wo ich dahin links muss damit ich schießen muss äh damit der genau dahintrifft na rechtsklick am besten anvisierst du genau rechtsklick ist einmal anvisieren genau rechtsklick ist einmal anvisieren ah das ist die schon weiß ich schon danke warte wenn der Kurang ausschaut aaa jans dicht daneben das war das Ohrläppchen von Nyloth guck dir mal an F13 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 hat da jetzt aktiviert also hier habt ihr alle gehört Cheater Nika ah das war F13 das Spiel ach geschossen das Problem war ganz links hat einer rausgeguckt von mir aus gesehen oben hat einer rausgeguckt und hier rechts das war ich ganz links also ganz rechts war von deiner Pony aus ich rufe mich die Klopapier und jetzt fliege ich dann endlich konnte mich grad nicht entscheiden komm sie hat nur noch 18 ein Treffer und wenns nur ein gestreffener ist sie ist ja du glaubst ja wohl selbst nicht die anderen beiden haben 100 viel Spaß wenn wir jetzt hier treffen vier Schüsse zwei Treffer kannst du durch Wände schießen oder du nimmst jetzt dein Messer im Mund und dann rennst du los hier rüber rein haben wir gesagt noch mal nicht jawoll oben schade alle noch 100 nicht gebraucht nochmal ah schade der erste war der andere Ohrläppchen und jetzt jetzt musst du genau zwischen die zwei Ohrläppchen treffen ok dann mal los ich werd's probieren ich muss nur mal das Teil zwischen der Ohrläppchen treffen ja ach da unten jetzt jetzt seht ihr mal für alle die das Video sehen jetzt hat Kobold F13 angemacht F13 bedeutet guckt mal alle auf eure F13 Tasse dann wisst ihr was los ist die müsste nicht mal ausgehen wenn der Kontrastakt spielt alter wirst du mich verkack Alter man ey Kobold bitte machs aus echt mal ey da ist nix ja ist klar du hast ja jetzt gesagt jetzt aktivieren wir mal F13 ja ne ich versuch's ja auch aber du hab das verspricht gesehen hier ist übertragbar meine F15 genau F15 mal erhöht die Tasse ok los geht oh Molina der war ja nicht daneben 士 ganz dicht ganz dicht ganz dicht ich hab Kobold sicherlich nicht einmal umgebracht Huge Beide ausgeschalten hey who fame komischerweise warum kann ich bei mir nicht aufnehmen Weil bei mir leckt es dann so komisch, Alter. Festplatten oder so? Bei mir gar nicht. Die Festplatte? Achso, denn sie das nicht schafft. Weil mein PC das nicht schafft. Links am Stein. Ist doch so ein Stein. Boah, da oben sind's da. So, ich den Baum. Ja, klar. So, ich setz mich mal kurz richtig hin. Weil wir leben hier zurück. Ja, ja. F13? Okay, dann mal los. Ey, wo geht's denn hier? Da geht's nach oben. Boah, Eddy. Du hast mich zweimal getroffen. Haha. Kann doch nie sein. Okay, na, dein runter. Ja. Magen, fertig. Dürfen wir hier Waffen kaufen oder nicht? Ihr dürft euch Rüstung kaufen, das mach ich auch immer. Achso. Wir kaufen hier nie was, wir werden auf den Rüstung. Ah! Rüstung! Wir kaufen uns gar nichts. Nee, ohne gar. Okay, los geht. Ihr seid andere Cheater. Ihr seid Kauf-Cheater. Naja, darf auch nicht. Hä? Oh, Mann. Boah, Tipps wäre ja nicht. Hat dir gesagt, Einheit gewinnt. Boah, Lina. Machst du auch mal was? Was? Machst du auch mal was? Oder ist das hier? Äh, ja. Ich probier's. Los, los, los! Ich glaube nicht, dass wir hier sind zum Brötchen essen. Boah, Alter. Da kommen drei Kugeln auf mich zugeflogen. Okay, ich muss etwas defensiver spielen. So. Jungs der deutschen Volksmusik. Ich hab auch ganz geschossen. Ich zünde mir jetzt einen Nikotin-Pflaster an. Ich zünde mir auch ein Nikotin-Pflasterchen an. Weil rauchen, rauchen, rauchen ist ja ungesund. Rauchen da haben wir ja nichts. Wie wir ja alle wissen. Und bitte nur ab 18. Danke. Ui, wo war denn da? So, Entfäfter, das war jetzt die Rache hier. Den hab ich gar nicht gesehen. Ja, du siehst, wie ich dich bekomme, oder? Boah, krack ins Gesicht, du Sau. Der war gut, der war gut, der war gut. Der war wirklich gut. Wird nur noch Müll, ne? Wort Lina. Jawoll! Wow! Der war gut. 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 Alle fünf Runden, mach dir mal was und dann schaffst du es richtig. Genau. Nein. Hier, dieser Klopapa, diese Folge, ah ah, Klopapa, die kannst du... Äh, wer stand denn hier hinter mir? Der hat mich voll blockiert. Ich eigentlich, aber du bist vorne gelaufen. Ne, 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 ich lass mich jetzt. Wir blockieren uns gegenseitig. Was? Wir blockieren uns gegenseitig. Genau. Oh, Klopapa, Klopapa gegen zwei. Hab auch abgedrückt, ne? Ja, so, so ging mir die Runde davor. Und, was ist abzukommen? Hey! Da war. Da war die Birne. 6 zu 8. Zwei Runden noch. Mörd. Ja. Maul de Mörde. Zwei Runden noch. Oh, das ist mir zu heiß hier. Da stehen drei Leute. Ein Zehn nur auf dich. Sie ist nicht fast... Oh, Mann. Sie ist zu mir, du bist die Kopf, die Saue. Ach ja, ach ja. Sieht noch jemand aus meinem Team? Ne. Also, ja, ich. Aber. Ja, aber das ist ungefähr, wie du da bist. Ich hab grad geschossen. Ich hab grad Maustaste gedrückt und tot. Maustaste tot. Echt mal, blöde Maul. Ja, so ne blöde Maul. Oh, scheiße. Hätt ja klappen können. Aber schön, Modlina. Schöner Treffer. Rechts im Haus ist er. Schweigen, bitte. Ne, ich lebe noch. Ich darf reden. Ja. Nur Tote schweigen. Wurbel läuft da rum. Wurbel läuft da rum. Ja. Es beweist nur, dass er nicht campt. Links im Haus. Du bist da. Du brüllst und du riechst ihn auch rum. Ey, ich hab mir doch noch Zeit, das anzusagen. Genau. Ja, es ist Zeit zu haben und was mitzuladen. Es wäre ja langweilig, wenn wir immer gewinnen würden. Ja, ich kann nicht mehr gerade zielen, hab schon bisschen. 11 FPS. Ohoho. Äh, Klopappe war eben links. Ich weiß nicht, ob er immer noch da ist. Oh, Arme. Wo war's denn jetzt? Das heißt, beim Stein ist er. Ich hab deinen Hintern gesehen. Voller Cheater, ich kann gerade durch die Wände gucken. Ja. Das liegt daran, wenn du in irgendeinen Block feststeckst und durch die Wand guckst. Ja, ja, der Klopapierfass ist wieder. Von oben. Ja, Cheater, hier seht ihr ihn nochmal ganz genau. Abflussrohr. Seine Taktik, seine Aimbots, seine Wall-Ecks. Oh, ich hab mir einen Raketiss auf. Kubel hat mich sogar verstanden. Tote schweigen. Ich hab mir sehen, genau, Tote schweigen. Das heißt, wenn du tot bist, dann werden keine Positionen verwandt. Ach. Ich hab mich die Wand. Obwohl, der schießt immer Leute durch die Wand. Achtung, Achtung, ähm. Ich hab gerade geschossen, ey. Er lebt noch, also der. Ja. Kein Kommentar. Wenn du einmal rausguckst, dann ist zu viel, dann seh ich dich schon. Ja. Ja. Ich hab gedacht, du bist du. Aber du. Falsch gelesen. Ich dachte, du hast die Maul ne Mörder hat. Gesprochen. Okay. Du. Oh. Edgewifter. Ja. So werden wir keine Freunde. Okay. Ich muss immer alles alleine machen. 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 No. Ich dachte von dir, du könntest was. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ist das Stein? Kannst du gleich geduld? Nein los. Ist das Stein? Ist das Stein? Ist das Stein? Ist das Stein? Nein. Achtung Auspuff. Äh. Ausflussrohr. Tote Schweigen. Tote Schweigen. Außerdem hab ich ihn sowieso gesehen. Ja. Woll ich jetzt auch sagen. Wenn man tot ist, keine Pusys verraten. Ja, ja. Ja, ist das dumm her. Komm, geht einmal los. Das ist doof, ja. Sonst verrate ich hier nur noch Pusys. Ausflussrohr. Das sind alle Pusseys. Aha. Ich hab deinen Kopf ganz schlecht gesehen. Alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind 3. Genau oder so, ja. Ah, no. So. Bitte keine Schleichwerbung, ich mach mir jetzt noch eine Flasche B.Acadi. B.Acadi? Äh. Ein Glas. B.Acadi. Huuuiliiit! Mit ein-mit-mit kein bisschen Schleichwerbung. Keh... G, 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 G.Ola. G.Ola. Ach, ich wollt grad wegziehen, ich wollt grad weg! Ich hab nicht gesehen, dass du auf mich guckst. Aber trotzdem... Hinsenmöld! Wo ist die Gott, eh? Aber Modlina kann mir die Stunden Zeit lassen zum Anbieter. Aber Modlina, wenn die eh mal drauf ist, wa? Jawoll, alle drei zusammen, Modlina, schöne Teamkill. Alle auf einen gehaufen, ey. Ah, die ist schon gut, ne? Ja. Okay, los geht's. Sie macht sich langsam. Schön langsam, ja. Kann ich auch nicht angreifen. Ja, ihr wollt wieder durch sein Loch gucken. Das ist geil, das Loch. Ihr kaputt gerade den ihr habt. Unser Loch. Loch? Fieses Loch. Alter Schwede. Modlina? Ja. Soll ich das jetzt ein Leben weitermachen? Ich denke mal, in der Mitte Zeit, dass ich... Guck Maus durch. Ja, ich würd grad sagen, ich glaube, Nylon muss da zu mir. Ja, damit ich auch mal besser werde. Genau. Los, los, los! Okay, wechseln. Ja, wo bin ich? Ach. 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 Du bist tot. Du bist tot, um deine Fragen zu beantworten. Danke. Ich hab nur den, äh, Straßenrand gesehen. Den Straßenrand hier. Naja, ähm, den Map-Rang. Mhm. Wieder mal anvisiert hier der, Knobi. Klopapier. Sie, sie, siehst du das? Ja. Ich bin in der Ich-Perspektive von dir gegangen. Achso. Hey, du im Weg, da stehen da. Jetzt seh ich genau das, was du siehst. Ey, wie er ist... Ach, Kobold. Die sieht wirklich nur ganz normal an. Was? Hast du gesehen? Ich bin zu schnell. Ja, das Problem ist, wenn du, wenn du, wenn du eben zuguckst, du siehst mich ganz parallel... Du siehst mich ganz parallel... Du siehst mich ganz parallel mit der Erde zieht. Schwindet er wieder? Ja. Ja, das ist mir grad ein bisschen zu... ... heiß. Wäre noch zu cool gewesen, jetzt umsprung mit Dina mitzureißen. Wer ist denn da hinterm Stein draußen? Na doch, ich seh's... Ich seh's genauso wie du. Und Dina ist draußen hinterm Stein. Irgendwer, ja. Du hast grad die Waffe gewechselt. Ey, warum wechselst du? Anvisier. Ich seh das so wie. Ah, Menno. Du warst zu schnell. Ich hab dich gesehen. Ich hab auch gesehen, wie du da hier den Edge Hefty umbringst. Ah, 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 und, 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 und. Wie viele Sekunden sind wir noch? Und? Ey, hier läuft's. Und da rumläuft's, Kobold. Ja, halt. Vollminder ich Perspektive, ey. Wie ist das auch passiert? Ich hab's gesehen. Ich war doch nicht immer auf der selben Stelle raus. Interessant, aha, aha. Okay, ja, interessant. Ach, der sitzt auf der Treppe da. So ist so. Der sitzt auf der Treppe. Wär zu sehen vor allem. Der kommt nie sehen. Nicht ganz kurz, aber nochmal nicht mehr. Achso. Oh, da war ein Treffer bei. Da war ein Treffer bei. Da war ein Treffer bei. Häng fest. Da wärst du fast gestorben. Da wärst du grad fast gestorben. Ah, nur fast. Ja. Durchs Festhängen. Ist wohl heimgeblieben, wa? Ein bisschen. Ein Klopapier. Ach, ein bisschen. Sehr genau. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen heimgeblieben. Okay. Ein Klopapier, das kannst du besser. Ach, verdammt. Heimgeblieben. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh, Mojila. Schön. Ist jetzt wieder deine Runde? Ja. Warte. Jawoll. Jawoll. Übrigens, der andere befindet sich auf der Map. Heim. AWP. Ruine. Ach, nee. Ruine Map. Keine Position verraten, ey. Ehrlich jetzt. Der andere ist auch hier. Cool. Wusste ich gar nicht. Versteck die nur. Wo sehe ich denn, wie lange die Map generell noch dauert eigentlich? Ähm. Chat einfach nur Time Left eingeben. Wie lange funktioniert das überhaupt? Wie lange geht die Map überhaupt damals hoch? C, äh, Z, Time Left und dann... Z. Okay, funktioniert nicht, weil ich ja gar keinen AMX-Mod drauf hab. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, der war hilfreich. Dann kannst du sowas sehen. Hm. 3 Minuten 40 steht... Ja. Na, kann ich ja noch machen. Kann ich ja mal mal. Mach das. Okay, los geht's. Relativ easy. Ah. Man. Was hab ich da mal getroffen, wa? Nein, 100. Schei... Boah, da wird's mich schwachen. Fuh, aber Fuh. Wer liegt denn noch? Redcraft? Nee, Klo. Nee, Klo. Die Toilette. Die Toilette. Die Toilette. Ja, Mann. Ihm zuzugucken ist auch mal ganz lustig. Sie sitzt am Klo. Hm. Ja, Mann. Wir haben gewonnen. Es steht jetzt 1-1. Das heißt, wir müssen noch eine Map machen. Ja, diese Sand-Roll-Treppen-Map. Ja, wir haben 50 Millionen-Maps mit Sand hier drauf. Ja, diese von gestern. Die Schnee. Ah, ja. Schnee ist da. Kein Sand. Ja, weiß weiß ich. Das war so helles Ding. Wie jetzt Minecraft. Und Minecraft sieht der Schnee auch nicht aus wie Sand. Wir wie der Anti, oder? Ja. Ja. Wir wie das dritte, oder? Jo. Wir wie das dritte. Ja, genau das. Drittes Bastel, Mensch. Ach, wo ist die Brüder? Das, das erfindet erst. Los, los, los! Boah, um Lecken hoch zu springen ist doch nicht so eine gute Anzahl. Ja, ja. Ja. Ja, nix hier. Ja, ja. So, wenn Modlina da gestorben ist, müsste er sich öfter in diesem Bereich befinden. Theoretisch. Okay, doch nicht. Ich gehöre Steps hier drüben. Ja, ja, ja. Das war. Das war vielleicht wo die Verratung hier, ey. Wo ist die Waffe, die ich haben will? Wo ist sie? Da ist sie. Die will ich. Keiner haut. Oh, Nyloth ist wieder Mittel Tower oben. Ich bin mal wieder hochgekommen. Warum passt du ein Schuss, ey? Weil er hätte er gemacht hat wahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich hätte ein Schalli drauf. Okay, los geht's. Egal, es heißt es ein. Schalli ist Schalli. Äh, Schalli einfach. Schalli, Schalli. Geile Aussage. Oh, nice. Schön. Ja, die Mörter schießen. Helf. Ja, ich vergesse das immer wieder. Die maulende Mörter gegen unseren Ad Crafter. Sowieso. Herzlich Willkommen im Finale der, ähm, Counter Strike Champions League. Im Finale treten an Ad Crafter 27 gegen Modlina 28. Es steht derzeit 80 zu 40 für Ad Crafter. Ja, Martino hat 40 Leben oder was? Ja. Ja, such mal den Fehler. Der war ja nur. Ähm, genau die Hälfte. Aus, ähm, der Austragungsort ist hier, äh, 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 äh. Oh, danke, dass du mir den Arsch rettet hast Modlina. Bitte. Aber. Immer gerne. Wie viel Leben hat dein noch? Hä? 55. Hunde. Äh, tot. Nein, nicht schießen. Nicht schießen. Danke. Tue ich ja nicht. Jetzt darf sie. Jetzt darf sie. Oh, nein. Dürfte sie. Ich bin aus Versehen oben runtergefallen. Ja, ja, ja. Ja, immer diese Ausreden hier. Ne, doch. Bin oben. Okay, dann mal los. Bin einen Schritt zu weit nach hinten gelaufen. Au, 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 au. Da sitzen sie schon und warten, die Schweine. Bier. Wollert n' einer. Alter, der Chips doch nicht. Jawoll. Jawoll. Motorgefallen. Ja. Geh mal auf Ansicht Modlina bitte. Ja. Linke Maustaste, weil Modlina ist die 1,5 CT. Da kannst du nicht falsch machen. Geh mal mit mir und sag wo sie ist. Du kann es ja nicht immer mal weiter tun. und links unten links ich will sagt einfach gar keine position jetzt noch gewonnen ja mit 3 hp Hallo. Ah hell. Pfff. Was war jetzt? Hey, warum wird das? Alter, das sieht mir an. Warum wechselt da immer die Waffe, ey? Quack, Alter. Wer lebt denn hier ab? Nur Covid, oder? Ja, wer sonst? Ich bin tot. Geht in Deckung. Ja, ja. Ja. Hast du wegen Scham bekommen? Ja, hast du wegen Scham bekommen? Wohin? Ja. Oh, ja, ja, ich bin doch da. Ich bin gerade voll. Oh, okay. Wie es gerade nicht wurde, ja. Achso, da. Da ist er. Da ist er. Ey, das mit Uschalli. Halt das mit Uschalli. Ja, kannst du mal sehen. Ja, Cheaten. Ja. Es ist nur Cheating, Mann. Ja. Hallo. Unter. Er wird nach oben gehen. Ja, 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 ja. Ist der recht, ey. Klubpapier. Klubpapier hat einen Teamkameraden. Ich glaube, wir müssen jetzt mal tauschen, ne? Ich bin die voll aus der Seine voll in die Wind hergelaufen. Ich bin die voll aus der Seine voll in die Wind hergelaufen. Ja, schön, Mordliner. Aber so 4 zu 3 ist Ausgleich. Mit der Tab-Taste durchs, dann siehst du das, ja. Hm, aber ah, geil. Sichern und laden. Äh, warum hab ich meine Waffen nicht aufgenommen? Alter, der Typ ist doch nicht. Ah, ich meine. Hoppala. Ja. Hier hängt's grad. Äh. Ja, ich seh's. Oh, noch bei Cobalt. Alina, Vanilla, Kanzi. Ich hab auch mal kurz rausgeflogen. Also, das soll Schnee sein. Ich dachte ja auch, dass das Sand ist. Ja, sieht so aus wie Sand. Hörst du doch beim Laufen. Na ja, aber dadurch, dass es so eine Ruine ist. Und der Sand zimmt, oder ist der Schnee? Eigentlich schon, ja. Also, ich glaub eher Sand sollte das darstellen. Eigentlich soll das, äh, so die Gruppe auf. Ja, aber das fängt ja an wie Schnee. So, wir probieren's mal nochmal. Jetzt ab. Ah, mein Steam ist abgeschmiert. So hoch. So hoch. Du bist tiefer. Ich? Nee, Alina. Die Terror-Einheit gewinnt. Aber bei mir hat's auch geholfen, so einen kleinen Millimeter runter zu übergehen. Ah, sie sind auch zu hoch. Ja, Waffen ziehen immer hoch. Also, man muss immer ein Stück. Okay, raus geht's. Okay. Oh, ey. Ooh, ey. Oh, ey. Ah, ey. Gehreisen. Gewinnen. Mitten springen. Was war ne kurze Runde? Ja. Aua Komm jetzt hast du Jetzt bist du wieder ein Stück vor Jetzt kannst du wieder ausmachen Genau Okay Drück mal wieder F13 Du musst immer Ich weiß es mittlerweile Geht in Dickel Oh das Hacking hier Dicshubi springt nicht mehr an Oh In my face Seht nur noch nöt Boah Von hinten Aber gerade aus dem Blickwinkel Gerade doch so gesehen war Ja Drück mal eher für nachladen Los 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 Ich sorry Ist aufgekackt Ich kann doch mal über Frapsen überlegen Ach geh Versteckst du dich gerne hinterwenden So Klappt so Ab und zu So 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 offensichtlich Darauf laufen So jetzt bauen wir bei Alina wieder bei uns Ne Ich will nichts vergeben Jaja So ist es So ist es So ist es Aber eigentlich größer in das Verlierteam Ne Weil eigentlich größer in das Verlierteam Ne Ne Wir können wieder eine Runde spielen aber dann müssen Alina zu Kobold gehen Ne Ich will nicht mit dir in einem Team Ne 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 Mir egal Ich geh auch Keine Los 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 Kobold nicht Über Was Kobold? Was ich alle Okay spiel ich allein gegen euch alle Pfff Alter Nimm mal Kopfschuss Warum Ich spiel Ja Gleich zwei Geil Boom Ja Ich guck hier die Taste an Guck hier nicht Leben Taste an Jaja Ok dann mach Ne da geh ich Falsches Passwort angegeben hast du aber Boah nein Boah nein Nein Ich bin hier in der Ecke die Gipser Nein Hab ich nicht mitgerechnet Überhaupt nicht Kein bisschen Sonst hätte ich gleich hingeguckt Sichern und laden Ey Klaue ich mir da die Waffe Klaue ich mir da die Waffe Klaue ich mir da die Waffe Er ist in Oma ich aus Darm Unterbekleidung Genau Nein 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 lass mich in Ruhe Er fliegt in der Luft Ah verdammt Jaa schmier der Ding Aber ich hab mal immerhin Ey schluck Du bist so gut ich will ein Kind von dir Ne Schade Habt ich mir viel gehabt 2 Treffer 2 Treffer 2 Treffer Also 2 und 40 ist ja wohl noch viel Ah 2 Treffer Ah Ah Sichern und laden Ich hab dich auch gesorgt Nicht mehr aufnehmen Warum Ich gehabt Ähm Weil Nichts Joby irgendwie nicht Ding sich jetzt auf Adam annehmen will Boah Gib's doch nicht Ich schieß auf Ed Ich schieß auf Flo Und da kommt keiner von der Ecke Ich geh Ey kaum nehme ich nicht auf Schaff ich was Ja Du weißt wie du was zusammen bekriegst Das hast du auch mal du Es war so klar dass du in die Ecke kommst Ich dachte mir so Ok Kommt der doch nicht Funke Ah Boah Das ist ein Klopapier schon wieder Wo ist die Waffe Hier ist die Waffe Da liegen alle 2 Da liegen 2 Stück dann Los 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 Oh Klopapier gegen den Rest der Welt Haha Super Ein hoher auf Klopapier ne Wo? Wo kam der Schuss her? Hä? Da freu ich mich auch gerade Bei uns Bei uns am Start wo die Treppe ist Geht in Deckung Ja Jawoll Haha Schön Modliner Schön Voll in die Fresse Ich war Face Alter Ok dann mal los Verkackert Alter Alter Alle beide laufen so hintereinander Geht in Deckung Geht in Deckung Geht in Deckung Nein Ich bin nicht Geht in Deckung Ja Ich bin nicht Ne 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 Geht in Deckung Relativ Hallo Ich kann keine Waffe aufnehmen Jetzt Und bei dir Dann würde ich auch nicht gerne aufgenommen werden Na wir stuppen da PILOT PEMBA PSEIRO Geht Ich nehme weit Wie